Herzlich Willkommen zurück, auf der Suche nach einem Bürgen, in der Stadt der Urwelke, müssen wir erstmal ein Skevomaten automatisieren und aktivieren. Wie könnt ihr es wagen, Kamid? Eure Mutter wollte eine bessere Zukunft für euch. Weil ein Faktotum mit Größenwahn ihr ihr Schicksal weiß, sagte? Glaubt ihr das wirklich? Sie glaubte es. Warum seht ihr nicht das? Was sehen? Dass meine Mutter sterben musste, weil sie auf eine geistischkranke Maschine hörte? Ich werde beweisen, dass der Prognostiker schwindelt. Wartet es ab! Ich nehme die alle mit, aber ich verfolge erstmal primär die Hauptquest, dass ihr Bescheid wisst. Diese Zerschaustellung von Gefühlen ist für Bewohner von Schlackenstadt eher ungewöhnlich. Kamid hat bei der letzten Pilgerfahrt seine Mutter verloren. Und deshalb ist er nun zornig auf die Welt. Er hat aber auch nicht ganz Unrecht damit. Träume und Prophezeiungen können gefährliche Dinge sein. Welche Pilgerfahrt meint ihr? Einmal im Vierteljahr machen sich die tapfersten und verzweifelsten Mitglieder unserer Gemeinde auf den Weg, um den Großprognostiker um eine Vorhersage zu bitten. Nicht jeder erhält eine Vorhersage, aber viele sind mit der Hoffnung gestorben, dass sich ihr Schicksal ändern wird. Was ist der Großprognostiker? Eine Art Orakel. Es ist ein ungewöhnliches Faktotum mit einem Hang zum Mystischen und Dramatischen. Ich fürchte, Kamid hat vor, etwas Törichtes und Gefährliches zu tun. Vielleicht seid ihr bereit, zum gesetzlosen Unterschlupf zu gehen und mit ihm zu sprechen, ihn zu beschützen. Ja, ich werde dahin gehen. Vielen Dank, meine Freundin. Meine eigenen Morschenknochen stehen kein weiteres Abenteuer mehr durch. Aber ich schulde es Kamids Mutter, alles zu tun, um seine Sicherheit zu gewährleisten. Der Prognostiker spuckt Schicksale aus wie eine Sägemühle Balken. Alle sind völlig gleich, bis es einer dann plötzlich nicht mehr ist. Der Großprognostiker sagt jedem das gleiche Schicksal voraus? Mehr oder weniger. Etwas von wegen bitterster Armut und einem elenden Dasein. Nur ganz selten einmal spricht das Faktotum eine andere Prophezeiung aus. Mir wurde ein solches Los vorhergesagt, als ich vor vielen Jahren meine Pilgerfahrt dorthin unternahm. Welches Schicksal wurde euch geweißsagt? Ein Schicksal voller Hoffnung und mit Reichtümern jenseits meiner wildesten Träume. Es war die Rede davon, dass ich diesem Leben entfliehen würde. Doch mir fehlte der Mut, mich an diese Worte zu halten. Kamid nennt das Orakel eine Täuschung. Vielleicht ist das so. Doch selbst ein Ei mit Sprung enthält manchmal einen Skrip. Oder einfach nur später ein faules Ei. Aber zurück zum Skivomaten. Da seid ihr ja. Da seid ihr ja. Ich habe das Gerät vorbereitet. Alles ist soweit. Seid ihr dafür gewappnet, durch die Augen eines Uhrwerkautomaten zu sehen? Brillant! Aktiviert einfach den Skivomaten und platziert ihn in der Wartungssphäre. Dann gebe ich euch neue Instruktionen. Okay. Wartungssphäre. Das sieht nach Fallen aus. Okay. Wie geil ist das denn? Ich bin im Haus. Warten wir jetzt Varunis Beweise. Wartet. Ja. Nach rechts. Dann nach links. Das zentrale Lager ist wohl auf einem anderen Stockwerk. Achso. Soll ich hier weg oder was? Kann ich hier rein? Ne. Aua. Feuer heiß. Der Bildschirm macht aber manchmal nicht mit. Vor allem der ist nicht so zentriert. Oh. Hi. Will ich schon ein bisschen länger hier. Ich sehe da eine Menge Interferenz. Geht vorsichtig weiter. Wir dürfen den Datensammler des Skivomaten nicht beschädigen. Okay. Ich bin gespannt, ob ich... ...hinkomme. Au. Oh, die... ...die blutet sogar. Hervorragende Arbeit. Dieses Gitter sollte zum zentralen Lager führen. Und unseren Beweis... Neues Buch entdeckt. Registrierung der alten... ...der aktuellen Faktotenmodelle. Serie 1 eingestellt. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aktuelle Generation. 946 Partitionen aktiv. 6.400 Partitionen gelagert. Gegegeschwindigkeit und Koordination erhöht. Treppensteigen deutlich verbessert. Auftrittende Gedächtnisregressionen. Vorfälle weiter reduziert. Vorderer Schauraum angebracht. Sichtwert um 20% erhöht. Möglichkeiten für Gesichtserkennung und Mimikverständnis verbessert. Vokabular um 670 Wörter erhöht. Bedrohungserkennung und Reaktionszeit weiter verbessert. Kann ich noch mehr sehen hier? Kann ich noch mehr sehen hier? Die Dinge sehen aus wie aus Bioshock hier. Neues Buch entdeckt. Sicherheitserhebung. Faktoten melden erhebliche Steigerung von Spulendefekten bei Wachposten im Bereich des Radios. Die Höhlenetzwerke östlich und westlich der Messingfeste verzeichnen jetzt regelmäßig vollständige Sicherheitsausfälle. Ebenfalls sind erhebliche Anstiege der Verluste von Faktoten in Erhebungszeitraum zu verzeichnen. Aios Auswertung zeigt 17 Partitionen mit derzeit ungewissen Verbleib. In sämtlichen Fällen werden die Rückholelemente entweiht. Entweder vermisst oder sie verzeichnen Fehlfunktionen. Empfehlung. Umfassende Erhebung durch Apostel in betroffenen Gebieten. Querverweis auf Unglücksbereichte. Bewohner. A77-645 und X99876. Beide erwähnen. Gestalten in schwarzen Roben in den relevanten Regionen. Wert für innere Sicherheitsnummer gesunken auf 83%. Mein Harry ist auch runter auf 83%. Neues Buch entdeckt. Wartungsprotokolle für mechanisches Fundament. Faktoten wurden befohlen, sämtliche organische Materialien im mechanischen Fundament aufzuspüren. Darunter 17 verstorbene Personen. Alle Währungs- und potenzielle Identifikationsgegenstände müssen im Müllraum der Konstabler abgegeben werden. Sämtliche protokollierte Daten müssen nach Auftragsende geschwärzt werden. Befehlshabende Bewohner BAL-167. Genehmigungsrang Konstabler. Das ist es. Schnell Assistentin. Lenkt den Skevomaten zum Ausgang. Dort untersuchen wir die Beweise. Okay. Mal gucken, wo der Ausgang ist. War schon gefunden. Das ging schnell. Wo ist denn der Neramo? Neramo. Nach da. In Ordnung. Lasst mich einmal sehen, was ihr gefunden habt. Ja. Ich glaube, diese Aufzeichnungen passen zu den Zeitpunkten der Vermisstenfälle. Da ist noch mehr. Seht hier. Die letzte Person, die auf diese Aufzeichnung zugegriffen hat, war ein gewisser BAL-167. Hm. Bestenfalls Indizien. Das klingt auch so ein bisschen wie so ein Nickname. Wie jemand, der gar keine Lust hat, irgendwie ein Nickname auszudenken. Neramo, da kommt das zu. Okay. Hat sich erledigt. Sag halt, dass es wäre dabei. Wie schlagt ihr vor, dass wir diesen BAL-167 finden? Wir könnten schon eine Spur haben. Ich teilte Varunis Sorgen Kiret mit, kurz nachdem ihr die Basilika verlassen hattet. Sie bestand darauf, der Sache selbst nachzugehen. Sie nannte Konstabler Baldan als verdächtige Person. Seine Amtsstube sollte südwestlich von ihr sein. BAL-167. Konstabler Baldan. Ich werde Kiret aufspüren und nachschaue, was sie herausgefunden hat. Warum bin ich so klein eigentlich? Neramo, bist du riesig? Warum bin ich gesprungen? Warum bin ich so klein? Warum ist Neramo so riesig? Ich bin doch nur eine normale Bretone. Ihr habt kein Recht, mich so zu behandeln. Ich bin ein Mitglied des Hauses Lalu. Das hören wir schon länger. Ich will irgendwen sprechen. Ah ja, ich erinnere mich. Die großen Häuser. Die Antiklinien. Ah, da seid ihr ja. Seid ihr fertig mit Neramo's Aufziehspielzeug? Ich glaube, ich bin da etwas auf der Spur. Oh, was habt ihr erfahren? Ich habe mich ein wenig umgehört. Man munkelt, dass Konstabler Baldan für jeden birgt, wenn derjenige nur ordentlich zahlen kann. Wohin sie verschwinden, nachdem er ihnen das Gold abgenommen hat? Das weiß niemand so genau. Zum Glück sind wir hier, um das mal zu klären. Hier, nehmt diesen Erinnerungsstein. Was soll ich damit tun? Ich habe das Gebäude erkundet. Jemand hat die Tür zu Baldans Lagerkammer offengelassen. Sie sollte einen idealen Blick auf sein Büro bieten. Klettert da hoch und wartet ab. Sobald ich das Bestechungsgeld anbiete, zeichnet ihr das Gespräch mit dem Erinnerungsstein auf. Dann haben wir ihn. Klar. Ich mach mich dann offen. Lagerkammer betreten, okay. Wieso beobachtet sie den Eingang, der eigentlich auf der anderen Seite ist? Da ist eine Himmelsscherbe oben, okay. Wie komm ich denn da hin? Ach, von da, okay. Die machen sie aber kompliziert. Ihr habt kein Recht, mich so zu behandeln. Ich bin ein Mitglied des Hauses Lalu und ich will irgendwie entsprechen. Euer Haus. Ist immer noch lustig. In Ordnung, Baldan. Ich habe euer Gold. Könnt ihr für mich bürgen? Oh, euer Angebot nehme ich an? Aber bürgen? Das kann man nur für die Lebenden beflächte abschauen. Was tut es? Ich hab nur die Elfler verstanden. Oh nein, sie haben Kirita statt. Worauf wartet ihr noch? Sammelt das Gold ein und werft sie zu den anderen. Niemand soll unseren jüngsten Besuch finden. Wir müssen sie retten. Jetzt muss ich den ganzen Weg irgendwo hinlaufen. Ach ne, hier ist der Eingang dazu, oder? Ne, Reino steht schon mal hier, okay. Es tut mir leid, aber Konstabler Baldans Scherke haben sie niedergeschlagen und weggeschleift. Sie haben was? Wie konnte sie? Wir müssen sie retten. Ihr habt keine Ahnung, wohin man sie gebracht haben könnte, oder? Noch nicht, aber ich werde es herausfinden. Ihr sagt es, Varuni und Neramo. Ja, natürlich. Ich werde Hilfe holen. Vielleicht könnte ich sogar eine Art Klangaufspüre zusammenzimmern. Ach, nicht genug Zeit. Was würde Kire tun? Sie würde ermitteln. Ja, sprecht mit den Bewohnern von Schlackenstadt. Sie wissen so gut wie alles über diesen Ort. Schlackenstadt, okay. Ich hole die anderen. Ihr sputet euch nach Schlackenstadt. Was genau ist Schlackenstadt? So nennen die Einheimischen die Elendsviertel in der Nordostecke der Feste. Ich muss zugeben, ich war überrascht, derartige Behausungen in Sotasil's heiliger Stadt vorzufinden. Doch andererseits war hier praktisch alles eine Überraschung. Ja, ja, das glaube ich. Schlackenstadt. Das ist auf der anderen Seite. Warum? Die wurde auch hier weggeschleift. Jetzt muss ich nach Schlackenstadt? Oh Mann, ich werde müde. Okay. Schlackenstadt. Ich bin ein Mitglied des Hauses Lalu und ich will irgendwen sprechen. Euer Haus. Ich erinnere mich. Die großen Häuser. Die Antikente und die Hände. Hey. Ölt euch die Knöchel und geht weiter Grünferse. Diese hat euch nichts zu sagen. Ich suche nach einer Dunkelelfin Baldans. Schergen könnten sie hier durchgeschleift haben. Wisst ihr irgendwas? Ihr Außenseiter seid doch alle gleich. Drängelt euch in der Schlange vor. Schnappt uns das Bergungsgut weg. Grinst dumm und spielt euch auf. Ihr seid nicht besser als wir. Würde das auch genauso sehen, wenn ich euch beide Beine breche. Und schon habt ihr bewiesen, dass ich recht habe. Immer nur Ärger. Immer nur Gewalt. Und die arme Seiber steckt mittendrin. Verfaucht sollt ihr sein. Baldan hat eure Freundin wahrscheinlich ins Fundament geworfen. Das Labyrinth unter der Stadt. Wenn ihr ihr nachgeht, wird keiner von euch beiden lebend wieder rauskommen. Wir könnten euch überraschen. Und sie rotzt mir noch demonstrativ vor die Füße. Gut. Das hat die gesehen von da hinten aus. Das ergibt doch gar keinen Sinn. Das ist ein leichter, unlogischer Fehler hier. Was wollt ihr? Das ist noch eine Quest. Auf Seasovusarioni. Der ist... Aua. Unten. Mein Tier ist sogar weg. Wo ist denn da? Hier drin? Gott, da flötet jemand. Versuchst du mir das. Ich bringe dir jetzt das Flöten bei. Ich mag Lagerfeuer. Sie ziehen interessante Leute an. So geht das. Okay. Lass mit dem mal in Ruhe flüten. Äh, ja. Da ist die Quest. Ich nehme die mit und dann gehen wir wieder. Fühlen sich so Maschinen, deren Räder immer langsamer werden. Es ist ein Wunder, findet ihr nicht? Elegant, gründlich, zeitlos. Einst fand ich Freude darin, die Vollkommenheit dieses Reichs zu studieren. Doch inzwischen zieht jede Umdrehung des großen Zahnrads den Schraubstock in meiner Brust nur noch enger. Sagt mir, seid ihr gekommen, um die Geheimnisse von Fürst Seed zu enträtseln? In gewissenmaßen schon. Darf ich euch belästigen? Nein. Denn schließlich seid ihr auch auf der Suche. Trotz all meiner Gelehrsamkeit fand ich keine Möglichkeit meiner misslichen Lage zu entkommen. Bis auf eine. Jemand aus meinem Orden hat ein entsprechendes Experiment durchgeführt. Doch dafür hat man diese Person aus dem Kreis der Urwerk-Apostel ausgestoßen. Ihr müsst sie für mich finden. Ihr wollt, dass ihr jemand findet, den euer Orden verstoßen hat. Terrarie Heller drin war ihrer Zeit voraus. Die Angst sorgte für ihre Verbannung, nicht der Verstand. Inzwischen begreife ich das. Bitte sucht sie. Sagt ihr, dass ich alles wieder in Ordnung bringen werde, wenn sie mir das Leben rettet. Es gibt niemanden im Orden, an den ich mich wenden kann. Sie ist meine einzige Hoffnung. Das zumindest kann ich tun. Terrarie ist schon sehr lange fort, doch ihr unglückseliges Experiment brachte eine dauerhafte Unordnung das große Ablaufmuster. Seine Bewegungen sind chaotisch, aber nicht vollkommen unvorhersagbar. Wenn man ihm folgt, liefert einem das womöglich einen Hinweis auf ihren Verbleib. Was könnt ihr mir über euren Orden sagen? Wir waren einige von Tamriels besten und klügsten Magiern. Sotasil lud uns in die Stadt der Urwerke ein, um an seinen Experimenten teilzunehmen und von den größten Geistern in der gesamten Schöpfung zu lernen. Man hat uns viel zu lange uns selbst überlassen. Wir brauchten dringend Ordnung, Vorschriften. Ich würde gerne erfahren, warum Terrarie verstoßen wurde. Wir glaubten, sie hätte sich mit Mächten eingelassen, über die allein der Gott der Urwerke selbst gebieten sollte. Eine rückwärtsgewandte und gefühlsgeladene Antwort, wie man sie wohl von Anhängern einer weniger erleuchteten Gottheit erwarten würde. Es war beschämend, ihre Notizen zu vernichten und ihre Ideen zu meiden. Könnt ihr mir sonst noch etwas darüber sagen, wonach ich suche? Terraris ehrgeizige Experimente sorgten dafür, dass ein Faktotum außer Kontrolle geriet. Es legte einen Teil der Messingfeste in Schutt und Asche, ehe es seinen Amoklauf im Reaktorbezirk fortsetzte. Wir konnten seine Bewegungen nachvollziehen, indem wir seiner Schneise der Zerstörung folgten. Was plagt euch? Ganze Zeit, alter Sucherin. Zu viele Sandkörner aus dem Stundenglas haben sich in diesem bescheidenen Leib gesammelt. Sie haben sein Innerstes immer weiter zerrieben. Ich glaube nicht, dass es noch lange dauern wird, bis ich Teil der Unbewegten werde. Es gibt immer noch so Vieh zu säen. Gut, natürlich machen wir das auch später. Ich muss mich aufpassen, dass ich auch die Hauptquests nicht aus seinen Augen verliere hier. Neues Buch entdeckt. Die Wahrheit in Sequenz Band 9 aus dem Predigen von Del Driesemore war ein vierter Torbelon, der stets gespannten Antriebs-Tor. Der habe ich alle, ne? Ja. Gut, wo waren wir? Denn das mechanische Fundament müssen wir betreten, aber das schaffen wir nicht mehr in der Folge hier. Wo ist denn der Weg? Der Weg, der Weg. Der hat sogar eine, so dass er sie hat sogar ein Tag-Nacht-Simulation hier am Start. Das ist gut. Könnt ihr es reparieren? Das ist doch ein Rell. Das ist ein Rell kaputt. Das hat genau seinen ursprünglichen Protokoll. Ich brauche kein Wachfaktotum, ich brauche einen Verkäufer. Da kann ich nicht viel tun. Und wenn ich euch etwas Geld für die Forschung anbiete? Vielleicht kann ich da doch etwas tun. Offenbar nix. Okay, hier ist das Fundament. Ich möchte euch was zeigen. Ich bin einfach tot. Das ist der grossantste Magie. Ich bewege mich jetzt wie ein Roboter. Vielen Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal.